Hallo, ich bin der Sebastian Remmele und seit 2010 Oberbürgermeister der Stadt Schweinfurt. Ich will auch heuer wieder als Bachelor Rosen verteilen dürfen an alle Schweinfurter Frauen. Und alle Schweinfurter Männer bekommen dann, naja, vielleicht ein Bier vom Brauhaus oder vom Rot. Oder eines aus Werneck. Obwohl, den Wernecker Bierprinz und seine Narzisse schmeiß ich am Aschermittwoch eh aus dem Rathaus raus. Dann gehört der Sessel wieder mir. Wenn Sie wollen, dass ich dort bis 2020 sitzen darf, dann wählen Sie mich. Herzlichst, Ihr Sebastian Remmele www.hanschermittwoch.de www.hanschermittwoch.de